Willkommen auf meinem Gartenkanal bei Danos Moratti, bei der exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei der heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in die Kanal-Info, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok und meine Homepage ist da verlinkt und schaut bei meinem Merch-Shop vorbei, schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und hier haben wir die Überwinterung der Zitruspflanzen. Schaut, die wachsen auch sehr gut. Das kann ich mal sagen. Ich zeig's euch. Hier haben wir die Balkonblumen, was wir dieses Jahr gehabt haben. Hier haben wir die Dattelbalme, da haben wir auch die Dattelbalme, da haben wir auch die Balkonblume, Lorbeer und da haben wir die Physalis-Pflanze. Die Dattelbalme, die schaut auch ganz gut aus, Granatapfel, 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 die Dattel, Zitrone, Mandarine mit Früchte, setze die Früchte. 1, 2, 3, da haben wir auch die Dattelbalme und so eine komische Zimmer, die wächst. Hier haben wir auch die Orange-Pflanze. Schaut ganz gut aus. Da hat sie auch eine Frucht ausgebildet, wo sie dieses Jahr gar nicht geblüht hat. Bei mir kam sie Wunder. Und da haben wir noch eine Mandarine. Den muss man nächstes Jahr umtopfen und düngen. Das zeig ich euch im Frühling. Nächstes Jahr mache ich auch wieder Videos. Keine Sorge. 2021, der Gärtner Janusz Moratti macht Videos 2021. Da bin ich 21 Jahre alt. Und da bin ich schon bald in 8 Monaten ausgelernt. Ja, schaut ganz gut aus. So, da haben wir den Olivenbaum. Schaut auch ganz gesund aus. Da hat sie irgendwelche Schillinge beschädigt. Da kommt der neue Trieb. Schaut ganz gut aus. Gießen muss man nicht. Er ist schwer. Und dann mal wieder da drauf stellen ans Fenster. Und dann hat er ein Licht. So. So. Wir beenden dieses Video jetzt. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut es in die Videobeschreibung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut es Kanal Info. Schaut es bei i vorbei. Und am Ende des Videos. Könnt ihr 3 Videos andrücken. Und mein Logo andrücken. Und abonnierern. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie. Bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und schaut es auf meine Homepage vorbei. Und schaut es bei meinem Merchshop vorbei. Bis zum nächsten Video. Und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Video. Der Gärtner Janus Moratti. Bis zum nächsten Video.